Tja Leute, frohe Ostern und ich möchte euch hier an dieser Stelle aufmerksam machen, bei einem Gewinnspiel mitzumachen und zwar von MMOGA das Ganze, das Ostergewinnspiel und es gibt dort dreimal eine Xbox One zu gewinnen, dreimal eine Playstation 4, dreimal ein iPhone 5s und dreimal ein Surface von Microsoft, wenn ich weiß was das ist, das ist ein sehr sehr geiles Tablet. Alles was ihr tun müsst ist einfach nur in der Videobeschreibung auf den Link drauf klicken, da werdet ihr weitergeleitet zu MMOGA zum Gewinnspiel und einfach mitmachen, einfach auf jetzt gewinn drücken, eure E-Mail Adresse und Namen eingeben und mit ein bisschen Glück gewinnt ihr. Kurz noch hier zur Info, ich bin ja selber MMOGA Partner und ich habe da auch eine Kleinigkeit davon und zwar, wenn ihr über meinem Link in den nächsten 30 Tagen was kauft, das heißt ihr klickt jetzt einfach auf diesen Link drauf, eure ID wird getrackt und auf meinem Link zurückgeführt und wenn ihr in den nächsten 30 Tagen was kaufen solltet, bekomme ich einen kleinen Prozentsatz dazu. Also falls ihr was kaufen solltet natürlich, wenn ihr nur beim Gewinnspiel mitmacht, habe ich auch nichts davon, aber das ist mir auch ziemlich egal, ich möchte euch nur noch kurz darauf hinweisen, dass eventuell wenn ihr was kaufen solltet, ich da eben auch was davon bekomme. Ich zwinge euch nicht dazu, ihr müsst es nicht machen, es geht mir wirklich hauptsächlich nur darum, euch darauf aufmerksam zu machen, dass es wirklich sehr sehr geile Sachen zu gewinnen gibt. So eine Xbox One oder eine PS4 oder ein iPhone oder so ein Tablet ist schon eine geile Sache und ich wünsche euch allen hier wirklich viel Glück dabei, ich habe selber auch mitgemacht, mal schauen ob ich mal was gewinne, normalerweise gewinne ich ja nie bei sowas, aber ich würde mir viel mehr wünschen, wenn ihr meine Abonnenten irgendwas dabei gewinnen würdet und wenn das wirklich der Fall sein sollte, vergesst nicht bei diesem Video zu schreiben, ob ihr denn was gewonnen habt. Ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende und natürlich viel, viel Glück bei diesem Gewinnspiel und haut rein, wir sehen uns, ciao! Ich wünsche euch noch ein paar Mal, wir sehen uns, ciao!